Die Wahl von Berlin im September 21 wurde vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt. Es gab nämlich zu viele Pannen. Ja, und vor einer Woche wurde die Wahl dann wiederholt und erneut gingen alle schief. In einigen Bezirken gab es mehr Stimmen als Wähler. Das Ganze ist illegal und es riecht stark nach Wahlbetrug. Alle Details in diesem Video. Los geht's. Eigentlich sollte ja die Wahlwiederholung von letzter Woche in Berlin für Klarheit sorgen, da die ursprüngliche Wahl vom September 21 aus Sicht des Verfassungsgerichtes für ungültig erklärt wurde. Die Richter sagten damals, angesichts der Vielzahl und Schwere der Wahlfehler könne nur durch eine komplette Wiederholung ein verfassungsgemäßiger Zustand wiederhergestellt werden. Ja, und jetzt wurde die Wahl wiederholt und die CDU und die AfD konnten an Stimmen gewinnen und alle anderen Parteien haben an Stimmen verloren und die FDP ist sogar komplett aus dem Parlament geflogen. Die offizielle Wahlbeteiligung lag bei 63 Prozent, also deutlich niedriger als die 75 Prozent vor anderthalb Jahren. Das lag aber auch daran, weil damals ja auch zeitgleich die Bundesregierung gewählt wurde. Tja, aber in einigen Bezirken in Berlin gab es eine Wahlbeteiligung von über 100 Prozent. Es gab also mehr Stimmen, als es eigentlich Wähler gibt. Ja, das ist mathematisch völlig unmöglich und auch noch illegal. Und die Taz titelte dazu, mehr Stimmen als Wählerinnen. Eventuell liegt das ja daran, dass einige Wählerinnen sich nicht entscheiden können, ob sie lieber Mann oder Frau sind und deswegen einmal als Mann, einmal als Frau und einmal als divers abgestimmt haben. Aber egal, Spaß beiseite, kommen wir mal zu dem Beitrag. Daran steht nämlich, sowohl bei den gezielten Erststimmen als auch bei den Zweitstimmen weist der Bericht Differenzen aus. In rund 14 Prozent der Brief- und Ohnenwahllokale in ganz Berlin wurden laut Bericht mehr Erststimmen abgegeben, als überhaupt Wähler registriert waren. Bei den Zweitstimmen ist das bei 8,3 Prozent der Lokale der Fall. Die Ursachen für diesen Fehler sind bisher unklar. Ein Beispiel dafür ist Berlin-Zehlendorf. Und zwar in einem Ohnenwahlbezirk wurden laut Stimmen 100 Stimmen mehr abgegeben, als überhaupt Wähler registriert sind. Dort gab es nämlich konkret 372 gültige und drei ungültige Stimmen bei lediglich 275 registrierten Wählern. Und das, obwohl diese Wahl aufgrund von ihrer Historie unter besonderer Wahlbeobachtung stand. Waren die Wahlbeobachter alle besoffen oder was? Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, wenn es nur 275 Wähler gibt, aber 372 gültige Stimmen, dann müssen doch mindestens 97 Stimmen falsch sein. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass wir ja nur eine Wahlbeteiligung von rund 63 Prozent haben, dann dürfte es eigentlich nur rund 175 gültige Stimmen geben. Plus, minus, ein paar Abweichungen. Es könnten also sogar fast 200 Stimmen sein. Also am Ende haben wir dort mehr falsche Stimmen als richtige Stimmen. Und das ist echt ein riesiges Armutszeugnis. Und im Nachgang wurden auch noch weitere Pannen bekannt. Dann zum Beispiel wurde festgestellt, im Bezirk Lichtenberg wurden einfach 466 Briefwahlzettel vergessen. Und die wurden dann erst am Montag zufällig gefunden. Und deswegen mussten dort zum Beispiel die Warenohlen dreimal komplett ausgezählt werden, um endlich ein finales Ergebnis zu bekommen. Und das Ergebnis ist immer stark hin und her geschwankt. Und deswegen hat die Linke sogar eine vierte Auszählung verlangt, weil die bei der dritten Stimmung dann stark verloren hatten. Tja, meine lieben Zuschauer, was soll ich dazu noch sagen? Offenbar bekommt es unsere grandiose Hauptstadt nicht einmal hin, eine normale Wahl abzuhalten. Und ob ihr jetzt Unfähigkeit oder Betrug dem Ganzen zugrunde legt, das lässt sich natürlich schwer sagen. Aber es ist ja eigentlich auch völlig egal, wie gewählt wird oder wie nicht gewählt wird. Und bei unserem machtgeilen Politiker, die machen ja sowieso, was sie wollen in Berlin. Bei der ersten Wahl 2021, da lag die SPD knapp mit drei Prozent vorne. Die hatten drei Prozent mehr Stimmen als die CDU und stellten dann damit die Regierung zusammen mit den Linken und mit den Grünen. Jetzt liegt die CDU mit zehn Prozent Vorsprung klar vorne und hat also einen klaren Regierungsauftrag der Wähler. Ja, aber was machen die rot-grünen Wahlverlierer? Das rbb-titelte Rot-Grün-Rot berät über eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses. Und im Beitrag steht, nach der Wahlwiederholung zum Berliner Abgeordneter treffen sich die bisherigen Regierungspartner SPD-Grün und Linke am Dienstagnachmittag erstmal zur Sondierung. Bei einem Treffen in der SPD-Landesgeschäftsstelle wollten sie ausloten, ob es eine Basis für eine Fortsetzung der Koalition gibt. Sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ja, aber offenbar sind diesen Parteien die Wähler vollkommen egal, ja. Sie machen, was sie wollen und treten unsere Demokratie mit Füßen. Und selbst Heinz Spukowski, ja, der ehemalige Mentor von der ehemaligen Ministerpräsidentin Giffey sagt, das ist eine Politik ohne Anstand. Und ich gehe sogar weiter und sage, das, was sie da machen, ist keine Demokratie mehr, sondern wird immer mehr zu einer Diktatur. Ja, angefangen hat das damals mit der Thüringen-Wahl 2020, eventuell erinnerst du dich noch, wo Frau Merkel das Wahlergebnis nicht gepasst hat, ja, und dann einfach neue Wahlen angeordnet hat. Und jetzt geht's im Berliner Landtag weiter. Also, ich schäme mich echt für unsere Politiker in Berlin. Anderen Ländern, ja, Wahlfälschung vorwerfen und zu wenig Demokratie vorwerfen, aber selber seine eigenen Bürger bei der Wahl betrügen und belühen. Also, schämt euch was.